nein erst mal vielen dank an die firma activision äh ja activision blizzard call of duty die haben auch skyland giants gemacht und da kam heute fett big package an von der firma activision activision ist cool activision das muss ich jetzt immer so nicht nur verlosen ich behalte das aber nicht aber ich habe mir auch eine tasche geschenkt also erst mal haben sie mir drei figuren geschenkt zwei stück einmal den augenmann und diesen lustigen anderen augenmann in den ball aber die werden wir nicht verlosen die zeigen wir im späteren video im display auf jeden fall was es zu verlosen gibt ist wir haben figuren bekommen diese nicht im handel zu erhältlich das sind mini ausgaben von einmal sieht man gut nein weil eingepackt ist ja naja ich packe sie mal aus überhalten mir auch welche ich muss auspacken voll professionell geht nicht so besser aber die mini ausgaben von dem lustigen heifisch knuff knuff das ist dann vier figuren die verfolgen deinen richtigen skylander dann machen immer knuffige dinge einfach das ist irgendwie voll cool einmal dann eine mini ausstattung von twigga happy das ist hier die große skylander giants verlosung oh mein gott dann eine mini ausstattung von die vier figuren gibt es jeweils zu verlosen ich habe den elf namen vergessen ich habe echt den elf namen vergessen wer uns heißt der hasi im spiel heißt der hasi und eine mini ausstattung von unserem kleinen diese vier figuren gibt es jeweils zu verlosen wir haben kurz gekackt gekattet die vier gibt es einmal zu verlosen und zwar ein paar mal 1 2 3 4 5 6 7 8 mal hier haben wir das schon zur seite gelegt ne ja 8 mal gibt es zu verlosen einmal jeweils einmal die vier also acht mal hat man ja schon gehört und wie er es gewinnt hat sich euch gleich der erstplatzierte bekommt nicht nur diese vier figuren sondern wenn er das braucht aber nur wenn man es auch braucht noch bekommt er einmal das hier das ist das booster für die ps3 leider aber mit dem lustigen giant mit dem dicken steuern und im spiel das heißt ihr müsst leider das portal auf das ist nicht dabei nur das spiel und die figur scheint wenn ihr das braucht müsst ihr das jeweils dann ist es gleich gleich um zu gewinnen ist ja nur einen kommentar schreiben wieso ihr welchen preis wollt und beschreiben wieso wollt ihr sag ich mal nur wieso wollt ihr diese vier figuren haben und wenn ihr dann halt dieses booster pack braucht und dann kriegt er die figuren sowieso mit schreibt ja wieso ihr das booster pack für die ps3 braucht und ob ihr das überhaupt benötigt und wieso ihr könnt auch gerne eine video antwort posten und machen und die mir schicken einfach mit wenn man auf kommentar box geht kann man rechts neben der kommentar box video antwort anklicken dann könnte das auch machen und die dann dort einfügen hier werde ich dann auch bewerten das könnte natürlich auch machen so ich habe doch alles gesagt entweder schreibt den kommentar warum mit die viel wollte oder wenn ihr das benötigt wieso kriegte die vier figuren auch ebenfalls dafür danke fürs angucken dieses videos wunderbärchen und wir sehen uns dann im ich habe das neue youtube presentern ist es scheiße hässlich habe ich schon tausend mal erwähnen wahrscheinlich sagt ihr welches mit mir schon gleich oben wir haben spaghettis müssen wir jetzt noch essen spaghettis viel dank nochmal an die firma und auf jeden fall echt bedankt mich noch mal bei ihr persönlich bei der frau die das gemacht hat ich weiß auch den namen ist ja wieder naja kurze anmerkung noch mal wenn ihr wenn das booster pack bekommt das schreibe ich auch gerne was braucht vielleicht bist du morgen ist spul oder ist ein penis oder was weiß ich hier können wir die vier figuren gewinnt auch wenn ihr das möchtet gerne auch was dass ich ein blatt papier auf und draufsteht bist du morgen oder so wenn ihr möchtet ich unterschreib auch gerne dinge klopapier auch ein ganzes klopapier rolle könnt ihr euch über den arsch damit anfischen da gehört mein name hin dann bis dann